Ich möchte beginnen mit einem ganz kurzen Gedicht von Heinz Erhardt. Der Sauerampfer Am Bahndamm steht ein Sauerampfer Sieht lauter Züge, keine Dampfer Armer Sauerampfer Ja, es darf gelacht werden. So war es gedacht. Aber es hat auch Tiefgang. Es hat eben etwas Tragikomisches. Können wir uns das vorstellen? Den Sauerampfer, wie er da wächst am Bahndamm. Die Sonne scheint. Der Wind weht. Insekten fliegen. Regen hat er auch genug. Und wovon träumt dieser Sauerampfer? Ja, dass einmal ein Dampfer vorbeikommt. Ja, davon träumt er. Der Wunsch wird nie in Erfüllung gehen. Er wird sich ewig sehnen. Und die Insekten werden um ihn herum schwirren. Die Sonne wird scheinen. Es wird regnen. Und er kann das gar nicht wertschätzen. Weil er denkt ja an seinen Dampfer, der dort niemals vorbeikommen wird. Ja, sind wir nicht alle ein bisschen so wie dieser Sauerampfer? Wie ich in der Schule war, so in den letzten Jahren, da hatte ich keinen größeren Wunsch, als endlich raus aus dieser Schule. Es hat mich so bedrückt, dieses fremdbestimmt sein. Die Lehrer haben immer alles gewusst, was man machen muss. Eingeengt und unter Druck, habe ich mich gefühlt. Na gut, die Schulzeit ging vorbei. Ich habe angefangen zu studieren. Ich habe mir nichts Sehnlicher gewünscht, als dass ich fertig bin. Das ist doch toll, wenn ich dann fertig bin im Studio. Dann wünscht man sich einen Job, eine Familie, ein Haus. Dann denkt man sich, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann wird alles leicht. Dann geht es uns gut. Oder wenn ich in Rente bin, dann geht es mir gut. Dann genieße ich das Leben. Wann wollen wir glücklich sein? Die Frage stellt sich. Wann? Im Buddhismus sagt man gerne, es gibt keinen Weg zum Glück. Glücklich sein ist der Weg. Oder Thai formuliert es so, das habe ich als Kalligrafie bei mir über Meditationsplatz hängen. Das Reich Gottes ist jetzt oder nie. Tja, das kann ich mir dann überlegen. Das Reich Gottes ist jetzt oder nie. Wofür entscheide ich mich? Jetzt. Ja, jetzt ist ja auch ein wichtiges Schlüsselwort bei uns und bei der Lehre von Thai. Thai will, dass wir uns bedingungslos einlassen auf den jetzigen Augenblick. Auf das, was gerade ist. Auf das Leben. Auf das Leben so, wie es jetzt gerade ist. Und was hindert uns daran? Ja, Vorstellungen vom Glück hindern uns sicher dran. Denken wir an den Sauerampfer. Wenn wir lang genug uns etwas sehnen, viel Zeit des Tages investieren. Ja, wir wünschen uns alles mögliche, auch wenn ich reich bin, ja. Wenn ich im Lotto gewinne. Ja, und wir vergeuden den Augenblick. Dann sind wir nicht da. Dann sind wir nicht beim Leben. Und deswegen sagen wir, dass unsere Vorstellungen vom Glück ein Hindernis sind fürs Glück. Ein Hindernis fürs Glücklichsein. Worum es geht, ist einfach da zu sein. Einfach im Hier und Jetzt. Natürlich klingt es einfach und es ist schwierig. Warum es ist schwierig? Wir haben einfach unser ganzes Leben lang unsere Kultur eingesaugt, unsere Kultur absorbiert, in der, ja, die wichtigen Dinge sind Vorlieben und Neigungen, Ideen, Vorstellungen, Gedanken, unser Wissen, Kreativität. Ja, all das haben wir Jahre und Jahrzehnte lang uns eingeprägt, dass das wichtig ist. Und wir definieren uns auch darüber. Ja, wenn ich den, also meine Kinder sind so zwischen 16 und 23 und wenn ich den Teenagern und jungen Erwachsenen zuhöre. Also ein ganz großes Thema, was einen Riesenraum einbreitet, ist immer wieder das Austauschen darüber, was Ends geil ist und was scheiße ist. Ja, im Grunde wird die ganze Welt eingeteilt in Dinge, die Ends geil sind oder scheiße sind. Und das macht jeder ein bisschen anders. Der eine ist so, der andere ist so. Und dann die Leute, die die Welt ähnlich einteilen, die sind natürlich dann auch cool. Und die anderen sind ja ganz schrecklich, weil die das ja anders machen. Das heißt, wir definieren uns dann aufgrund unserer Vorlieben. Das, was wir mögen, was wir nicht mögen. Auch das ist ein Hindernis auf unserem Weg. Was passiert denn, wenn wir sagen, ja, das Königreich Gottes ist jetzt. Wir setzen uns aufs Kissen und denken, jetzt will ich den Augenblick genießen. Was passiert dann? Ja, dann fährt ein Auto vorbei. Wir denken, ah, mei, das ist so laut, ist die Straße. Müssen die immer fahren, ja. Vielleicht brauchen wir eine Lärmschutzwand. Können die auch langsamer fahren. Da gibt es 100.000 Varianten. Der Nachbar raschelt. Da können wir uns auch viel dazu denken. Ja? Der Nachbar raschelt, schon wieder. Wir können uns an allem stoßen. Der Hund vom Nachbarn fällt. Alles Mögliche. Es gibt 100.000 Varianten. Und jedes Mal läuft es nach dem Motto, nach dem gleichen Prinzip. Es passiert etwas. Ein Reiz kommt zu uns. Und wir reagieren mit Zustimmung oder Ablehnung. Ja, und dann sind wir in unserem Gefühl drinnen. In einem Thema. Ja? Unsere Neigung. Ja, toll und schön. Oder unsere Abneigung. Aber wir sind nicht mehr im Augenblick. Ja? So passiert das. Wir erleben den Augenblick. Das Rascheln. Das Auto. Den Hund. Und es ist nur ein Auslöser für ein Eintauchen in unsere Gedankenwelt. In unsere Vorstellungen. Und ein Rumrühren. Was dann alles hochkommt. Zum Thema Auto. Zum Thema Rascheln. Zum Thema Ruhigsitzen. Zum Thema Hunde. So läuft es ab. Und auch wieder sind diese Vorstellungen, Neigungen, diese Gedanken, Ideen ein Hindernis. Auf der anderen Seite heißt es, die ganze Natur, die ganze Umwelt ist der Dharma-Kaya. Der Dharma-Körper des Buddha. Der uns das Dharma lehrt. Das heißt es genauso. Eigentlich müsste das dann ja bedeuten, dass der Hund uns das Dharma lehrt in der Welt. Vielleicht auch das Auto uns vorbeifährt. Vielleicht auch der Nachbar, wenn er raschelt. Ja, eigentlich schon. Aber wie? Wir müssen lernen, anders damit umzugehen. Das ist es. Wir müssen einfach lernen, unsere Einstellung zu ändern. Jeder Reiz von der Außenwelt kann uns eigentlich sogar eine Hilfe sein für die Achtsamkeit. Denn wenn wir unachtsam sind, haben wir uns verloren in einer Gedankenschleife und denken über irgendetwas nach. Wenn der Hund bellt, ist das eine Achtsamkeitsglocke, die uns wieder herausholt aus unserer Gedankenschleife. Wir können sagen, oh, danke, Hund. Bin ich wieder da. Jetzt bin ich wieder da im Hier und Jetzt. Und ich höre den Hund. Ich höre die Autos. Ich höre das Rascheln. Ich genieße das Sitzen. Und wenn es juckt, dann genieße ich das Jucken. Und so sitze ich da. Ja, freue mich des Lebens. Freue mich, dass ich sitzen kann. Freue mich, dass so viele Freunde da sind. Dass wir gemeinsam sitzen. Uns gegenseitig unterstützen. Unsere Achtsamkeit, das ist nichts Individuelles. Unsere Achtsamkeit ist auch etwas Kollektives. Jedes bisschen Achtsamkeit von jedem Teilnehmer hilft mir. Und meine Achtsamkeit hilft euch. Sein Geben und ein Nehmen, wenn wir hier zusammen in diesem Raum sind. Ja, und jeder Reiz, den wir bekommen, kann uns zurückbringen in die Gegenwart. Und das ist, ja, gut. Dennoch, wenn wir das jetzt einmal wissen, dann ist das sozusagen eine Anregung, sich in der Richtung zu bewegen. Aber natürlich heißt das nicht, dass wir es sofort können. Das ist klar. Dafür hat Tai das schöne Wort der Gewohnheitsenergie. Jede Gewohnheit hat eine gewisse Menge Energie, die daran hängt, wie oft wir es schon gemacht haben. Das muss man einfach ganz realistisch sehen. Das heißt, wenn wir zu Ärger neigen und uns schon 127.000 Mal geärgert haben, dann hat das natürlich eine Energie. Und kommt leicht hoch. Wenn wir Achtsamkeit geübt haben, schon zwei Wochen, dann hat das eine Energie. Das ist aber kleiner. Und das müssen wir üben. Diese Achtsamkeit, dieses einfach Dasein im Augenblick, alles annehmen, was da ist, alles mitbekommen, hellwach annehmen. Denn das ist auch eine Energie, die wir üben. Es ist im Grunde genommen, ist die Achtsamkeit eigentlich etwas, was jeder kann. Jeder kann das. Wir alle sind manchmal im Augenblick. Und manchmal in Gedanken. Und am Verhältnis können wir arbeiten. Also mehr achtsam, weniger in Gedanken. Und das ist ein Training. Das ist ein Training. Das ist, wenn man jetzt sagt, im Grunde können wir den ganzen Tag achtsam sein. Dann ist das so eine Aussage, wie wenn man sagt, man kann die Marathon-Distanz in zwei Stunden schaffen. Das ist nicht falsch. Also wenn wir dann Olympia sehen, dann sehen wir, dass einige Leute das schaffen. Nicht nur einer, mehrere Menschen. Aber halt doch auch wiederum nur so ein Dutzend oder so auf der ganzen Welt. Weil die anderen brauchen länger. Also es ist möglich, aber es braucht Übung. Und das Schöne ist, aber das habe ich auch bei Marathonläufern immer gesehen. Und das Schöne ist, die Übung macht Freude. Wir üben nicht für ein Ziel, sondern die Übung selber schenkt uns schon Freude. Die Übung tut uns gut. Jeden Augenblick, den wir Achtsamkeit geübt haben, ist für uns ein Gewinn, ist ein Geschenk. Und so sehen es die guten Marathonläufer auch, sonst können die nicht so viel laufen. Jeder Augenblick ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, weil, was passiert, wenn wir achtsam sind? Nicht nur, dass wir keine Gedanken haben, es passiert noch viel mehr. Wenn wir zum Beispiel achtsam sitzen und jetzt gerade keine Reize von außen sind oder wenig, dann sind wir ja immer achtsam auf den Körper. Auf den Atem, den haben wir ja immer. Als wir ein Geländer, an dem wir uns festhalten können mit unserer Achtsamkeit, immer den Atem beobachten. Wir haben auch immer gewisse Körperempfindungen. Wir spüren uns ja auf dem Kissen sitzen. Wir spüren die Beine am Boden. Und meistens spüren wir auch was im Rücken. Und wenn es ein Wohlgefühl ist, manchmal ist es auch was anderes. Aber wir spüren immer was. Wir haben Empfindungen. Und wenn der Geist ausgerichtet ist auf den Körper, dann passiert etwas Wunderbares. Dann entsteht in der Technik, würde man sagen, eine Regelschleife. Der Geist bekommt in der Regelschleife, wie so ein Steuerglied oder ein Messglied, bekommt mit, wie es dem Körper geht, versucht sich darauf einzustellen und das wieder zu optimieren. Das heißt also, der Körper will ständig heilen und der Geist will ständig heilen, will ständig dem Körper helfen. Aber das kann er nur und tut er nur, wenn er ausgerichtet ist auf den Körper. Sonst nicht. Wenn wir weg sind, ist der Geist weg. Er weiß dann nicht, wie es dem Körper geht. Wenn wir in Gedanken sind, dann kriegen wir nur Körperempfindungen mit. Wenn es richtig weh tut, dann wachen wir auf. Aber ansonsten sitzt man da und sind in Gedanken. Und dann ist der Geist weg. Er ist nicht nur nicht in der Gegenwart, sondern auch weg von unserem Körper. Das ist schade. Wir denken ja dann normalerweise nichts Produktives. Wenn er zurückkommt und beim Körper ist, dann ist das Ganze rund und der Geist und der Körper eine Einheit und dann geschieht Heilung. Dann geschieht Heilung. Wir erleben das als wohltuend. Wir spüren vielleicht, dass der Körper sich entspannt. Und das nennen wir unser wahres Zuhause. Unser wahres Zuhause ist, wenn der Geist beim Körper ist. Geist und Körper als Einheit. Das ist das Zuhause. Das heißt nicht, dass unser Geist immer beim Körper sein muss. Aber manchmal müssen wir auch nachdenken. Richtig. Aber wir wollen ja Herr unseres Geistes sein. Wir wollen uns das aussuchen. Manchmal müssen wir nachdenken. Klar. Da setzen wir uns hin und sagen so. Was mache ich jetzt mit diesem Schreiben? Oder irgendein Problem, was ich habe. Da denke ich nach. Dann überlegen wir uns was. Und dann, idealerweise geht der Geist wieder zurück zum Körper und wir fühlen uns einfach wieder wohl. Was natürlich passiert ist, wenn wir Probleme haben, oft kriegen wir das nicht so in den Griff. Und dann beschäftigt uns das den ganzen Abend, die ganze Nacht, den nächsten Tag. Der Ärger oder die Sorgen oder die Ängste. Das ist schade. Das ist schade. Wir kommen ja nicht produktiv weiter. Sondern worum es geht, ist, wenn wir Probleme haben, was weiß ich, ein Rechtsstreit oder irgendetwas. Ja, dann geht es halt darum, wenn ein neues Schreiben kommt vom Rechtsanwalt, dann kümmert man sich drum. Und das dauert eine gewisse Zeit, aber nicht endlos. Und nach einer Stunde hat man dann Klarheit und weiß, wie man reagiert. Und dann gehen wir zurück mit unserem Geist in das wahre Zuhause. Genießen den Augenblick. Und spannen uns. Und fühlen uns wohl. Ja, das ist unser Weg. Das ist der Weg der Achtsamkeit. Das ist ein sehr tiefer Weg. Man darf, manche glauben jetzt, ja, Thay hat das erfunden. Das würde ich so nicht stehen lassen. Sondern, das würde ich so nicht stehen lassen. Weil man muss ja auch mal sagen, wir, also erstens mal beim edlen achtfachen Pfad kommt das ja schon mal vor. Also beim Buddha und seiner allerersten Lehrrede hat der Buddha ja gesagt, was, hat er erst die vier edlen Wahrheiten erklärt. Es gibt Leiden in der Welt. Das Leiden hat einen Grund. Wenn man den Grund beseitigt, dann leidet man nicht mehr. Und was ist der Weg zum Beseitigen des Grundes? Der edle achtfache Pfad. Das ist eine Übung auf acht Übungsfeldern. Und eines davon ist Achtsamkeit. Also schon in der allerersten buddhistischen Lehrrede, die es gab, kam die Achtsamkeit vor. Und man kann natürlich auch die Zen-Leute fragen. Die sagen dann ja auch, ja, du kannst tun, was du willst, aber mach es mit Zen. Kann man auch fragen, was ist das eigentlich, Zen? Mit Achtsamkeit. Also auch da kommt es schon vor. Das besondere Verdienst von Tai ist, dass er uns erklärt hat, dass wir das immer üben können. Überall. Den ganzen Tag. Und dass er sich das so große Mühe macht, uns Hilfestellungen zu geben, das auch wirklich zu tun. Ganz konkret. Nicht einfach so, mach es mit Zen. Sondern ganz konkret. Viele einfache, auch viele überraschende Ratschläge. Wir haben so viele Gelegenheiten, Achtsamkeit zu üben. Ich meine, die eine grundlegende und traditionelle Übung ist natürlich die Sitzmeditation. Das haben Buddhisten schon immer gemacht. Das hat der Buddha schon vor der Erleuchtung gemacht. Meditation, Sitzmeditation ist die schlicht und ergreifend grundlegende traditionelle Übung. Tai betont sehr die G-Meditation. Die G-Meditation ist eine schöne Brücke. Die Sitzmeditation hat sehr stark Laborcharakter. Ja, weil wir schaffen eine ganz besondere Atmosphäre. Ja, einen abgeschlossenen Raum. Wir lassen uns von nichts stören. Wir trennen uns eigentlich von der Welt. Ja, im Grunde schon. Wir stellen alle Handys ab. Ja, wir schräumen das Telefon in die Ecke. Niemand soll läuten. Wir sind zusammen. Das hat was Laborartiges. Ja, und da üben wir. Und die Brücke von dem, was wir hier üben in den Alltag, ist das Gehen. Ja, wir können das Gehen auch am Tag der Achtsamkeit üben. Das werden wir nachher machen mit Arno hier im Garten oder Park. Und es ist aber auch etwas, was wir im Alltag immer wieder machen und wo wir immer wieder gute Gelegenheit haben, es zu üben. Die einfachste und wichtigste Gelegenheit ist beim Warten auf die S-Bahn oder U-Bahn oder Bus oder was auch immer. Wir haben Zeit, wir stehen rum. Oder? Im schlimmsten Fall ärgern wir uns, dass die S-Bahn wieder zu spät kommt. Das wäre schade, oder? Wäre schade. Und da sieht man auch wieder, wie das gegenseitig befruchtend ist. Wenn ich mir zur Gewohnheit mache, eine gewisse Zeit warte ich ja immer auf die S-Bahn. Am Anfang kann ich mich ja noch nicht ärgern, weil ja noch nicht die Zeit da ist. Ich bin ja ein paar Minuten vorher da. Also gehe ich am Bahnsteig auf Schritt für Schritt in die eine Richtung, Schritt für Schritt in die andere Richtung, genieße die Gehmeditation. Es gibt gar keinen Anlass für Merke. Und wenn man das viel übt, und die S-Bahn kommt zu spät, dann kommt ein ganz anderer Gedanke. Meischee, dass ich noch ein bisschen länger gehen kann. Es verändert sich. Unsere Geisteshaltung, das ist viel tiefer, als man glaubt. Wir verändern uns als Mensch. Unser Unbewusstes verändert sich. Durch diese Übung. Wir genießen es. Wir gehen. Und wenn sie kommt, dann steigen wir ein. Das lernen wir dann auch noch, dass wir dann nicht sauer sind, dass sie kommt. Das ist dann die nächste Übung. Jetzt ist die S-Bahn da, jetzt wird eingestiegen. Wir können in der S-Bahn üben. Ja, ich habe eine lustige Geschichte noch von der S-Bahn. Es ist eben auch. Ich meine natürlich, wenn wir jetzt sagen, sitzen in der S-Bahn ist wie Sitzmeditation, dann werden wir natürlich auf viele Hindernisse stoßen, weil dieses Thema, was ich vorhin angeschnitten habe, so Richtung vorbeifahren, das Auto bellender Hund, raschender Nachbar, ist dort natürlich enorm gesteigert. Wir sind ja in einer großen Flut von Eindrücken ausgesetzt, in der S-Bahn. Ja, aber dennoch ist unser Leben. Ja, das sind unsere Mitmenschen. Mit denen fahren wir jetzt ein kurzes Stück gemeinsam S-Bahn. Und die zeigen uns, dass sie die Welt anders sehen als wir. Ganz lustig war, ich war mal, also ich höre auch gerne Gospel, und ich war mal an einem Samstag in einem Gospel-Konzert, und es war wunderschön und bin dann ganz beseelt und ganz glücklich dann dort rausgekommen. Wurde die anderen in die U-Bahn, das ist der feine Unterschied, aber ist jetzt auch egal. Ich komme in die U-Bahn und da drin, ja, meine Kinder würden sagen, da geht die Post ab, da geht der Punk ab. Da war eine größere Gruppe von türkischen Jugendlichen, und die haben wild durcheinander geschrien, ein Teil war auf Deutsch, ein Teil war türkisch, haben sich geschubst, haben da und solche Handys oder iPods auf höchste Lautstärke gehabt, mit so einem orientalischen Gedudel, was mir sowieso nicht gefallen hat, und wenn das dann so voll übersteuert ist, dann klingt es ganz furchtbar. Ja, und also, war richtig, da ging, da war die Hölle los. Und mein erster Eindruck war Ärger. Da habe ich mir gedacht, aber eigentlich, kann es das jetzt sein? Ärgerst du dich jetzt darüber, ja, dass die sich so verhalten? Das kann es ja auch nicht sein, ne? Und da haben wir gedacht, naja, jetzt setz dich einfach mal hin und schaust das einmal um. Na, und dann habe ich mich hingesetzt und habe einfach zugeschaut. Und nach einigen Minuten, das ist einfach wie in der Meditation, ja? Also, so wie ich das vorhin jetzt dargestellt habe mit dem Hund und mit dem Rascheln und mit dem Auto, einfach das Ganze ohne Urteil einfach aufsaugen. Nur da sitzen mit Interesse, das ist auch ein wichtiges Wort, Interesse. Also Achtsamkeit und Konzentration bringt Tai immer als Pärchen. Ich verwende gerne noch das Wort Interesse, weil was nähert die Konzentration? Das ist das Interesse für das Objekt. Ich interessiere mich dafür. Ich will jetzt wissen, was da los ist. Ich will das jetzt wissen. Und was Besseres hatte ich ja eh nicht zu tun, ne? Und in Abwehr dagegen da zu sitzen, ist ja gar nicht schön. Okay, also sitze ich dort und schaue zu. Und nach fünf bis zehn Minuten wird mir auch immer klar, die haben einfach Spaß. Die haben richtig Spaß. Die sind eigentlich guter Laune. Und es ist Samstagabend, ja? Und jetzt geht's los, ne? Dann wenn ich heimfahre, ne? Aber so ist das halt, ja? Ja, die Clubs sperren oft erst um elf auf, ne? Und ja, und die sind halt am Weg zur Sause, ne? Und ja, auf einmal war ein Gefühl der Freude da. Und ich dachte, ja, ist doch schön. Die jungen Leute haben einen Spaß. Das ist ein anderer Spaß als mein Spaß. Ja. Mei. Klar, wir sind nicht gleich. Wir sind so verschieden. Aber das ist eine große Stärke der Menschheit. Ja, Biologen sagen das immer. Menschheit hat eine große Diversität. Ja, also in jeder Beziehung. Genetisch, also biologisch gesehen, aber auch von den Gedanken, unsere ganze Art zusammenzuleben, ja, wenn man uns als Art praktisch sieht, biologisch gesehen, führt zu einer großen Spannbreite, dass wir sehr verschieden sind. Das ist eine Stärke. Weil wir viele Fähigkeiten kultivieren. Ganz verschiedene. Mal braucht die Gesellschaft mehr diese, mal jene, aber wir kultivieren alle. So sind wir als Menschheit. Ja gut, und so bin ich da gesessen und habe gesehen, dass man eben Freude, Spaß und Samstagabend ganz anders erleben kann, als ich das machen würde. Ja, und bin ganz zufrieden weitergefahren. Irgendwann bin ich ausgestiegen, ne? Die Wege trennen sich ja wieder, wie das ist bei öffentlichen Verkehrsmitteln. Man steigt aus, man steigt in ein anderes Verkehrsmittel ein. Und es geht weiter. Ja, also unsere Übung ist eben Sitzmeditation, Gehmeditation. Und wir nutzen eben auch die anderen Augenblicke am Tag. Wenn wir zum Beispiel in der S-Bahn sitzen oder wenn wir Auto fahren. Eine sehr schöne Übung. Und ich bin fest davon überzeugt, dass auch meine Fahrsicherheit zugenommen hat, seit ich immer versuche, achtsam Auto zu fahren. Ja, weil wenn ich mir zurück überlege, wann ich Fehler gemacht habe im Autofahren, dann nicht deswegen, weil ich achtsam war, sondern deswegen, weil ich in Gedanken war. Ich kann meine Fehler darauf zurückführen, dass ich gedacht habe. Und nicht Auto gefahren bin. In einem Augenblick. Das ist meine Erfahrung. Gut, wir können das also beim Autofahren nutzen. Und ein schöner Vorschlag, der seit jüngerer Zeit bei uns ist, in der Gruppe, ich denke, er kommt von Thais selber, ist die Idee, die rote Ampel als Achtsamkeitsglocke zu sehen. Ja, weil die rote Ampel ist ja auch wieder so etwas, wo man verschieden reagieren kann. Ja, ich meine, man kann sich ärgern, ja, das ist klar. Aber man muss sich nicht ärgern. Und man kann also praktisch als Gegenprogramm, als Gegentraining sagen, rote Ampel ist toll, da bleibe ich stehen, dreimal atmen mindestens, ja, komm zurück zu mir, ja, bin ganz bei mir, nutze die Zeit, und dann geht es wieder weiter. Ja, das ist auch eine schöne Übung. Gut, gehen haben wir ja viele Gelegenheiten. Ich habe jetzt also mal das Warten auf die S-Bahn genannt. Wir gehen ja auch, was weiß ich, vom Parkplatz zum Büro, wir gehen vom Parkplatz nach Hause und so weiter und so fort. Wir gehen viele Strecken, wo wir uns immer wieder erinnern können, zurückkommen können zu den Schritten. Wir können Achtsamkeit auch sehr gut üben beim Zuhören. Das ist eine ganz wichtige Übung, die auch unserer Gesellschaft sehr gut tun würde, wenn mehr Menschen das machen. Weil Zuhören und in Gedanken sein ist nicht Zuhören. Tai sagt, gerne tiefes Zuhören, um das zu verdeutlichen, ja. Was wir lernen sollten, schon allein, um den anderen zu helfen, ist tiefes Zuhören. Aber wir tun es auch für uns, weil wir in dem Augenblick achtsam sind. Also achtsames Zuhören ist tiefes Zuhören, ist wahres Zuhören. Das hilft dem anderen, weil er sich gehört fühlt. Wenn man genau zuhört, Geschichten über Menschen und Beziehungen, ich spüre es immer öfter, wie die Qualität des Zuhörens ein Thema ist. Und wie heilsam das ist, wenn mir einer erzählt von irgendwelchen Begegnungen und sich gehört gefühlt hat. Wie heilsam das ist, wie sehr sich da eine Situation ändern kann. Aber auch das muss man üben. Aber das üben wir ja, bei jedem Zusammenkommen, habe ich gehört, unser Dharma-Sharing. Die meiste Zeit beim Dharma-Sharing können wir ja zuhören. Im kleineren Teil können wir sprechen. So ist es. Das liegt schon in der Natur des Spiels. Es geht gar nicht anders. Also wir können üben, zuhören. Wir können Achtsamkeit auch da. Ja, natürlich, Achtsamkeit beim Sprechen ist natürlich schon schwieriger, aber auch nicht unmöglich. Und beim Lesen natürlich auch. Das ist klar. Das regt unseren Geist sehr stark an und das ist sehr schwierig. Aber wir haben viele, viele Felder, wo wir es üben können. Und der Nutzen ist vielfältig. Ich habe das eine angesprochen, wenn wir achtsam sind auf den Körper, dass dann Heilung geschieht. Wenn wir zum Beispiel Gehmeditationen im Freien machen und wir betrachten mit ganz ruhigem, ganz klarem Geist, die Vögel, es sind viele Vögel, die herumhüpfen, die Bäume, was passiert dann? Dann ist unser Geist bei dem Bild. Bei dem Baum, bei dem Vogel. Und wenn wir es schaffen, einfach zuzuschauen, ohne uns einen Kopf zu machen, ohne nachzudenken, was ist das jetzt für ein Baum oder so, oder, mei, wie schön, oder irgend so etwas. Wenn wir uns alles beiseite lassen, einfach nur schauen, dann entsteht ein Gefühl einer starken Verbindung. Dann entsteht eine Verbindung Verbindung zwischen uns und dem, was wir anschauen. Dann ist nichts mehr dazwischen. Wenn man sich es genau überlegt, nichts mehr dazwischen. Manchmal haben wir ja das Gefühl, wir sind so ein bisschen alleine. Da ist die Welt und wir sind irgendwie getrennt. Wir sind sozusagen allein als Wesen in dieser Welt und die Welt ist draußen. und wir sind da. Die Trennung. Das ist ein Grundgefühl, was wir haben. Und woher kommt eigentlich diese Trennung? Das fangen wir mal so rum an. Woher kommt eigentlich diese Trennung? Die Trennung kommt direkt aus unserer Gedankenwelt. Die Trennung kommt direkt aus den Gedanken und vor allem den Ich-bezogenen Gedanken. Wenn ich jetzt rausschaue und sehe eine Amsel und denke mir, ah ja, das ist eine Amsel oder nein, ist es doch ein Starr oder und so weiter und so fort. Wo bin ich dann? Da bin ich wieder zurückgeworfen. Dann bin ich nicht in Verbindung mit dem Vogel, sondern ich bin praktisch wie abgeprallt. Ich wollte sozusagen Verbindung aufnehmen zu dem Vogel und bin wie zurückgeprallt wieder auf mich und meine Gedankenwelt. Und dann kommt ja alles hinterher. Die Amsel oder der Starr oder was ich darüber gehört habe, was ich weiß, ein Bild, eine Erinnerung, ja, hunderttausend Zeug, ja, aber das ist ja alles wieder nur bei mir. Ich bin wieder zurückgefallen, auf mich zurück. Aber ich bin nicht dabei. Ich bin nicht dabei, nicht beim Augenblick und nicht bei diesem Vogel. Ich bin zurückgefallen. Ein Buch, was ich sehr gerne gelesen habe, was einen wunderschönen Titel hat, ist Wo bist du, wenn die Amsel sinkt? Das ist eine schöne Frage. Wo bist du, wenn die Amsel sinkt? Das ist genau die Frage. Wie bist du achtsam? Wenn wir tiefer in uns gehen und nachspüren, was passiert, in dem Moment, wo ich sage, oh, da ist ein Amsel, die singt schön, ja, bin ich weg, bin ich zurück. Solange ich einfach zuhöre, ohne einen Kopf machen, ohne Gedanken, einfach zuhören, wie sich verzaubern lassen, würde Rilke sagen, ja, dann bin ich da. Wenn ich beim Vogel, da ist eine feste Verbindung da. Ja, da ist nichts mehr dazwischen. Da ist nichts dazwischen. Im Grunde ist nichts dazwischen, zwischen uns und der Welt, wenn wir es nicht dazwischen stellen. Wir können ganz im Augenblick sein, wir können ganz dabei sein, ganz Teil, also als Teil der Welt fühlen. wenn wir einfach unsere fünf Sinne verwenden, die Welt erfahren und uns schlicht und ergreifend daran erfreuen. Einfach es alles annehmen, drin schwelgen. Und das können wir. Und das ist sehr schön, wenn wir die Gehmeditation im Grünen machen. Da kommt so viel Positives, so viel Kraft. Ja, es entsteht auch ganz natürlich Liebe. Einfach durch dieses Dabeisein, dieses als Teil der Welt fühlen. Und es gibt uns Kraft, es gibt uns Hoffnung. Und das ist unser wahres Zuhause. So zu leben. Ganz im Hier und Jetzt. Ganz im Augenblick. Und das ist das große Verdienst von Thay, dass er uns da so viel Hilfen gibt, wie wir das üben können. Und es braucht Übung. Es braucht die Übung. Und es braucht aber keine, und das ist auch ganz wichtig, es braucht aber keine formellen Äußerlichkeiten. Viele Menschen haben Probleme mit dem Sitzen. Haben Probleme mit der Sitzmeditation. Ja, der Rücken tut weh, die Beine tun weh. Und irgendwie gibt es keine vernünftige Sitzhaltung. Was tun dann? Ja, dann auf den Stuhl setzen. Oder auf den Sessel setzen. Warum nicht meditieren im Fernsehsessel? Haben wir uns so viel Mühe gegeben, einen bequemen Sessel beizubringen. Ja, wo wir richtig gemütlich, wir können stundenlang sitzen im Fernsehsessel. Ja, warum nicht meditieren im Fernsehsessel? Ich habe tiefste Meditationen erfahren auf einem Gartenstuhl. Warum nicht? Ein ganz normaler Gartenstuhl. Ja, warum? Ja, ich liebe halt Abendstimmung. Ja, und draußen sitzen, auf der Terrasse. Ja, die Sonne neigt sich. Einfach hinausschauen in die Natur. Das ist toll. Das ist für mich etwas, was mir stark hilft, in den Augenblick zu kommen, noch dort zu bleiben. Es ist viel da, aber ja, aber auch nicht beruhigend. Es ist auch beruhigend, es ist beruhigend, es ist wohltuend, aber auch nicht zu stark anregend. Ja, und ich genieße das einfach. Ja, da sitze ich im Gartenstuhl, weil da halt ein Gartenstuhl, dieser werde ich nicht mehr ein Kissen rausräumen, muss ja nicht sein. Das ist die eine wundervolle Säule von Thais Lehre, über die ich heute sprechen wollte. Natürlich dürfen wir auch nicht die anderen übersehen, die will ich jetzt nur erwähnen, dass das klar ist. Also das ist praktisch, Achtsamkeit ist, dass sich Rechte kümmern um die Gegenwart. Wenn wir achtsam leben, tun wir richtig Leben. Aber wir können uns auch um die Vergangenheit und um die Zukunft kümmern. Und das sind die zwei anderen großen Säulen von Thais Lehre. Um die Vergangenheit kümmern, heißt vor allem vergangenes Leid transformieren. Aber das kann man nicht in fünf Minuten abhandeln, sondern das ist eigentlich ein Thema für einen eigenen Vortrag. Wir können vergangenes Leid transformieren, indem wir richtig damit umgehen. Das braucht ein gewisses Maß Achtsamkeit, darum macht es immer Sinn, die Achtsamkeit zuerst zu erklären. Aber das ist klar, das Leiden transformieren ist ein ganz wichtiger Weg, weil das Leiden auch, und deswegen sage ich das auch jetzt, diesen Epilog praktisch zu meinem Vortrag, sage ich auch deswegen dazu, weil es auch zum Loslassen gehört. Ich habe ja einiges über, was wir loslassen können und sollten gesagt, und dazu gehört aber noch ein drittes, und das ist eben das Leiden, das vergangene Leiden loslassen. Aber das hat eine eigene Technik, die man extra besprechen müsste. Das ist also um die Vergangenheit kümmern, sich sozusagen befreien von dem Leiden, wieder, ja, befreien ist das richtige Wort, und natürlich um die Zukunft kümmern. Und um die Zukunft kümmern wir uns, ganz schlicht und ergreifend, indem wir ein ethisches Leben führen, zum Beispiel nach den Fünf-Achtsamkeits-Regeln. Das ist um die Zukunft kümmern. Denn die Fünf-Achtsamkeits-Regeln helfen uns, den Geist auszurichten, in eine heilsame Richtung für uns und für die Welt. Und das ist ja das Gesetz von Karma. Wenn wir gute Absichten hegen, werden wir gute Früchte ernten. Wenn wir schlechte Absichten hegen, schlechte Früchte. Das ist das Gesetz von Karma. Und die praktische Anwendung ist eben, ganz konkret, die Fünf-Achtsamkeits-Übungen zum Maßstab des Lebens, des eigenen Lebens machen. Das ist dann, sich gut um die Zukunft kümmern. Das sind die drei großen Säulen von Thais Lehre. Und im Grunde von jeder buddhistischen Lehre sind es die drei Säulen. Das geht so auf den Buddha zurück. Ja, und heute haben wir uns beschäftigt damit, wie wir uns um die Gegenwart kümmern können. Das ist das Wichtigste und die Grundlage von allem. Und da werden wir heute noch viel üben können. und da werden wir heute noch viel üben können. Und da werden wir heute noch viel üben können.